Dritter Spieltag der Easy Credit BBL, die MAP Riesen Ludwigsburg. In den gelben Trikots empfangen die Rostock Seawolves am Mittwochabend die Gäste um Coach Franz, kommen nach Siegen gegen den Sotanix MBC und die BG Göttingen mit breiter Brust nach Ludwigsburg. Die MAP Riesen sind auf Wiedergutmachung aus, nach der Niederlage gegen Braunschweig und kommen ganz gut rein. In diese Partie Joel Scott mit dem ersten Dreier für die Gastgeber. Und die Rostocker, die liegen zwischenzeitlich zurück durch viele Ballverluste, kommen dann aber nochmal ran. Vor Ende der ersten Halbzeit durch diesen spektakulären Buzzerbieter Dominic Lockhart, ein einbeiniger Dreier. Zum Abschluss des ersten Viertels die Rostocker nur noch mit einem Punkt hinten. Auch in Viertel Nummer 2 die Trefferquoten bei beiden Teams niedrig, aber Hunter Maldonado. Auf Seiten der Ludwigsburger stemmt sich dagegen hier mit diesem erfolgreichen Dreier. Alle seine 9 Punkte macht er in der ersten Halbzeit die Seawolves, zwischenzeitlich etwas in Zittertreffen geraten, kommen aber wieder zurück. Schönes Anspiel von der Maze aufkommen, wenn Omenaka die Seawolves zur Halbzeit nur mit 2 Punkten hinten. Nach der Pause kommen beide Mannschaften offensiv etwas besser in den Rhythmus. Auch weil die Riesen es hier zum Beispiel in dieser Szene schnell machen, der einfache Pass. Und Ezra Magnon auf der Gegenseite mit den einfachen Zählern. Und er am Ende mit 15 Punkten, 5 Rebounds und 5 Assists. Der Topscorer, der MAP-Riesen, die Gastgeber, auch in der nächsten Situation. Wieder über ihren Topscorer. Erfolgreich, Magnon aus der Mitteldistanz. Der Pure-Up-Jumper ist gut. Aber die Rostocker bleiben dran, trotz miserabler Trefferquoten. Von Down Down nur 22% am Ende des Spiels. Aber sie haben ja noch Deshaun Schwartz. Er am Ende der Topscorer der Seawolves. Mit 19 Punkten und 6 Rebounds. Die Ludwigsburger heute ohne Kevin Cross. Dafür gibt es das Debüt für den gerade mal 17-jährigen Julis Baumer. Und der macht dann auch gleich seine ersten BBL-Punkte. Was für ein Debüt für den jungen Ludwigsburger, der hauptsächlich in der NBBL und Pro-B-Mannschaft spielt. Und die Ludwigsburger, die sind beflügelt von dieser Aktion. Starten einen guten Run zum Ende des dritten Viertels. Vor allem Justin Simon. Immer wieder mit guten Aktionen. Mit 12 Punkten, 9 Rebounds und 5 Assists. Er am Ende auch wieder mit einer starken Partie. Hier der Spin-Move und der Layup. Wieder kommt Simon zum Korb durch. Und macht das natürlich dann am Ende auch stark. Die Riesen zwischenzeitlich mit 12 Punkten in vorne. In der Schlussphase die Rostocker aber wieder dran. Jacob Patrick mit einem ganz wichtigen Dreier. Die Riesen wieder mit einem kleinen Polster. John Patrick 11 Punkte und 3 Rebounds am Ende. Auch hier der Jumper aus der Midrange ist gut. 5 Punkte in Folge für den Sohn des Headcoaches. Die Rostocker versuchen sich aber noch dran zu kämpfen. Hadern aber weiterhin mit den miserablen Wurfquoten von außen. De Sean Schwartz. Zwar hier nochmal mit einem erfolgreichen Dreier. Aber das reicht am Ende nicht. Die letzten drei Minuten gibt es von beiden Mannschaften nicht einen einzigen Feldkorb. Die Gastgeber gewinnen mit 70 zu 64. Und fügen den Rostockern damit ihre erste Niederlage der neuen BBL-Saison zu. Mehr Social Content rund um Basketball. Hier bei uns bei Dein Basketball. Hier bei uns Claudistio hat einiges Gefühl, am Ende beim Deduahl auf dem anderen Teil haben. Aber das war ebenfalls ein victory. Wir haben jetzt diese passeren Wurden,